so gewählt sind so diesmal die Kälfte andere Seite von dem Haus ist viel mehr Mops die die DÜ 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 Boah ich will da Glück gehabt er leckt mich am Arsch Oh oh Zum Glück braucht man für WP keinen Inventarplatz Das wär mal zum Kotzen What the fuck Boah Schreck mich halt noch mehr Du Bitch Du dragige Bitch Boah leck mich am Arsch Schießte mich da runter Eiskalt Guck mal noch ein Bogen Schlag ein Stärke 2 Oh So Den behalte ich den Combat Desenchanten Gibt auch nochmal 2 Level oder so Wow 2 Level Ja 2 Level könnte es echt ausmachen Wenn ich mal an meine ganze Minecraft Karriere zurückdenke Wie oft ich gerne nochmal ein 2 Levelchen mehr gehabt hätte Damit ich irgendwas so verzaubern kann wie ich das möchte Aber die Spinnen Die legen es ja richtig drauf an Heute auf die Fresse zu kriegen Also die die schreien ja förmlich schon Schlag mich Schlag mich Boah Springer runter Will er mich verarschen so Mich voll überlichten Das war wohl mal ein Dorfbewohner Wo mal Dorfbewohner gewesen waren Da muss auch irgendwo ein Dorf gewesen sein Oder immer noch sein Wie auch mal Geil Müssen wir uns mal auf die Suche machen Jetzt hat er noch mein Handy gebimmelt Wahrscheinlich wieder irgendein Kommentar von euch Da bedanke ich mich jetzt schon mal für Danke für das Kommentare schreiben So jetzt soll ich direkt nochmal kurz was snacken Oh oh Da unten der Wichser Der Bogen ist glaube ich eins meiner größten Verschleißteile Ja gut das ist so ein bisschen inkorrekt Mein größtes Verschleißteil ist mein P-E-N Mein Penis Mein größtes Verschleißteil ist mein Pimmel Hm Guck mal da Da unten Oh leck mich am Arsch ey Guck mal da Boah da kannst du richtig reinprügeln ey Boah das wird Bock machen ey Oh Das wird mir richtig Bock machen ey Da unten ey Leg mich am Arsch ey Leg mich doch am Arsch ey Nein Aua Verdammt nochmal ey So Nochmal kaputt gemacht Yeah So Jetzt müssen wir uns aber wieder sputen Denn die Nacht scheint sich schon wieder dem Ende zu neigen Und ich hab immer noch nur 18 Level Ich muss was tun Los Komm her du scheiß Arschkopf Jetzt können wir hier nochmal kurz Nein Boah da nochmal einer Leck mich am Arsch ey Das sind Wenn ich ganz ehrlich bin Das sind eigentlich sogar schon ein bisschen zu viele Mobs eigentlich Zumindest zu viele Mobs auf einmal Zumindest zu viele Creeper auf einmal Das verkrafte ich nicht Das kostet mich wieder Zeit Dieses Ausbessern hier In denen ich eigentlich Mobs töten sollte Oh guck mal Da direkt nochmal eine Sag mal lauf doch nicht weg Ich will dich doch umbringen hier Oh stimmt deswegen läuft er ja vielleicht weg Volkling So jetzt muss ich mal snacken Los Schneller Die Nacht ist gleich rum Ich hab eigentlich auch so das Gefühl Dass wenn ein Schwert Oha Wenn ein Schwert sich langsam abnutzt Äh Also wenn es Leben verliert Äh quasi Dass es dann Ähm Dass es dann noch ein bisschen stumpf wird Sag ich mal Also dass das Schwert dafür nicht mehr so viel Ja wie soll ich sagen Nicht mehr so viel Dampf hat Sag ich mal Wie äh Am Anfang Dass irgendwelche Mobs am Anfang Mit einem Schlag tot waren Und jetzt auf einmal halt nur noch mit Fünf Schlägen oder so What's my motherfucking name Rosa An africke little mama She been trying to fuck all day Komm her Komm her Komm her Komm her Ja Juhu Juhu Verzweifelt kämpfte er bis zum bitteren Ende Und schaffte es doch nicht Und verreckte schließlich Die sehr elendige Missgeburt Rosa An africke little mama Ja gut Andererseits Jetzt habe ich ja wieder viele Level Und eigentlich auch Nichts mehr zu verzaubern Die Rüstung ist eigentlich Äh Na gut doch Die Rüstung will ich ja Als nächstes ausbessern Weil die ja noch scheiße ist Aber Also was heißt scheiße Kann man nicht sagen Die Rüstung ist geil Wer weiß Aber Ja Irgendwie Trotzdem scheiße Meine Augen Meine Augen So äh ja Was ich jetzt kurz machen muss Ah komm hier direkt machen Guck mal Kiste Kurz das rein sortieren So Also was man machen kann Ist tatsächlich das Schwert reparieren Kostet drei Level Ach scheiße Komm machen wir So ähm Was könnte man jetzt noch reparieren Ah Moment Hier genau Ähm Bogen Könnte man dissen Okay Ein Level fürs reparieren Und zwei kriegt man zurück Fürs dissencharten No Ist schon mal nicht schlecht Direkt auch kurz rein sortieren So Jetzt Ähm Hm Doch ich würde sagen Ich mach erstmal den Warte was Ein Level Was krieg da zurück Sechs Level Schutz Vier Egal machen wir So So guck jetzt kann man wieder alles raum machen Das kostet elf Was Feuerschutz Warum kann ich den nicht machen Echt jetzt Man kann nicht Schutz und Feuerschutz Wie schwul ist das denn Explosionsschutz Schutz sicher Wahrscheinlich ist äh Schutz ist so allgemein Äh was geht Nur halt ähm Also es gibt wahrscheinlich drei Äh zwei Arten von Schutz Feuerschutz Also drei Feuer Explosion Und Schuss Und Dornen Hm Vielleicht von Spinnen oder so Und äh Vielleicht Vereinsschutz Auch nur Schutz Im Allgemeinen an sich So Und Feuer Und die anderen Schutzdinger Spezialisieren sich auf eins Quasi Hm Ne weiß Hm Feuerschutz 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 Ja komm Weiß was Nehmen wir Oder Das kostet elf Das kostet zehn Es geht bis Feuerschutz vier Bis Schutz vier Okay komm Weiß was Nehmen wir Feuerschutz Wenn ich mich übrigens geirrt habe Könnt ihr ruhig in die Kommentare schreiben Kein Problem Wenn wir noch 14 Level übrig Dann können wir eigentlich auch nochmal kurz hier Äh Achse reparieren Obwohl Ja ne brauchst du eigentlich noch nicht Eigentlich kann man Den Beinschutz nochmal ein bisschen Hier kriege ich wahrscheinlich sechs wieder zurück Okay Wieder Feuerschutz Kriege ich Kostet zehn Okay machen wir So alles mit Feuerschutz So Atmung Affinität So wenn ich Den repariere Das sind wir eigentlich sechs Level Mal zehn Level Es gibt Federfall Zwei Drei Vier Hm Ne ich mach auch nur den Schutz weg Okay muss alles weg machen Egal machen wir mal Dann Feuerschutz kostet zehn Federfall Bis vier kostet siebzehn Geht sogar noch So Enchant haben wir jetzt Feuerschutz vier Und Federfall vier Perfekt Feuerschutz vier Feuerschutz vier Feuerschutz vier Hier kann man noch was probieren Ich hab halt nur noch ein Level Das Okay das lohnt sich nicht Kanze vergessen Kann man jetzt doch die Achse reparieren Und dann ist es gut Aber wieder genug Enchanted eigentlich Jetzt mal runter ins Lager Und nochmal alles kurz einlagern So Und dann an dem Turm noch eben weiterbauen Mob Loot Zack 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 So der Bogen der kommt dann da rein Ist ja nicht so als ob wir nicht schon viel zu viele hätten Wow Rokla Blöder Rokla Verpiss dich Verpiss dich Aua So ähm So wir wollten das hier nochmal machen Genau Eins Zwo Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Gut Dann kann nämlich hier Nein So Hoch Dann Ja hier dann so Und so Dann Im Prinzip So dann machen wir hier wieder auch alles Fasse kurz raus schöpfen Hä Jetzt So hier der Schönheitshalben Mal kurz Auch die Stohns dahin Und dann Einmal so So dann machen wir aber noch Mal kurz so 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 Und so Perfekt Sehr schön Guck Mal das hier wieder weg Machen halt wieder so eine Trap hin So äh Ja hier müssen wir eigentlich Ähm Ja Ähm Guter Einwand eigentlich Wo haben wir denn hier dann unser Tor Hä Was Oh Okay Oh Hä Also irgendwie hab ich grad Äh So ein So ein Da Fuck Moment Hä Ne Mo Mo Au Shit Das war falsch Das war ja total falsch Da Da Komm mal so hin So Ich springe schon wieder Ohne Weiß So machen wir hier nämlich Steindecke kurz hin Wenn wir eh schon eine doppelte Decke machen Weil die doppelte Decke die muss ja eigentlich im Prinzip sowieso Muss ich sowieso machen Ups Weil ähm Ja ist halt so Weil ich ja äh auch ähm In den Farmdingern ja dann an sich doppelten Boden machen muss Wegen äh Einmal die Decke aus Holz und dann noch Erde drüber So jetzt Steindecke Dann kommt hier auch Ne da kommt Holzdecke hin So Ach ne halt Moment Guck mal wie blöd ich wieder bin Eins Zwei Ein Vier Fünf Ne halt Moment Eins Zwei Sechs Sieben Acht Acht Also hier muss wieder auf Ich idiote Ähm Yo